So, Irma muss ja mal klappen hier. Wiederbelebung dreier. Kacke. Rebirth Island, auch kacke. Aber wir spielen es trotzdem. Das Problem ist halt hier, dass man halt die scheiß Waffen sammeln muss. Ich mit seiner eigenen Waffen startet und immer schön abgefeuert wird, wenn man mit einem Fallschmutter kommt, weil alle warten dann schön mit ihren schönen dicken Waffen unten und du kannst nichts machen. Ganz geil. Vielleicht sollte man auch irgendwie da starten, wo vielleicht weniger Leute sind. Irgendwie ganz im Arsch der Welt oder so. Keine Ahnung. Aber im Moment nervt es einfach nur ab. So. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Der Feind nähert sich. Nein, nicht ins Wasser. Wo, wo, wo. Ja, genau. Knall da mal runter, ey. Okay. Der Knall. So, jetzt müssen wir uns ja mal ein bisschen gucken, wo wir hingehen. Wir müssen mal ganz oben an die letzte Kackeecke hier. Das heißt, ich kann nicht mal Warners einschlagen. Immer dieses gescriptete. Hier sind keine Waffen, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Wie ich ihn einfach hasse, ich hasse ihn einfach. Oh, hä? Wo war der? War an der scheiß Ecke. Coolen Sohn, ja. Ich will auch auf dich einschlagen. Okay, da ist er gestorben. Die sind da überall. Die rennen da überall rum. Einer hat einen Shotgun. Ich renne... Ich renne... Ich renne... Gehe 4 und 3 Tage in den Raum rein. Was ist da? Nichts. Nur Scheiße. Lande irgendwo ganz am Arsch der Welt. So lange musst du wieder aufzuhauen. Das ist so übel. Er ist so nervig. Dieses Läffen aufsammeln, ey. Und nicht entscheiden können, was man spielt, ey. Jetzt ist da schon einer der Bude, fuck. Arschloche. So, ich geh immer wieder weg hier. Glitter! Ich wär bestimmt erschneibert oder so, ey. Lass ihn sein. Nimm doch die Knarre auf! Warum nimmt der denn die Knarre nicht auf? Wer hat dich ermordet? Und hier ist keine Knarre drin. Ich lach mich tot, Alter. Was ist denn im Spiel los? Alter. Ohne Witz. Das geht mir auf den Sack. Egal wo ich hingehe, ist nix da. Das Gas nähert sich dir. Das Gas nähert sich dir. Sind wir eigentlich im Kreis oder nicht? Vorratskiste bereit für die Abholung. Oh, das ist eine geile Kiste. Ziele aktualisiert. Reiter zum nächsten Standort. Okay. Ich hab schon wieder eine Hand. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feinde aufpassen. Feindliche Drohne über uns. Ich hab mir Geld aufgenommen. Ich bin hier beim Heli. Wo seid ihr eigentlich? Ja, ich guck Robert gerade an. Ich laufe ein bisschen drüber. Kommt die Ziele rüber. Der hat ein Bounty aufgenommen hier. Irgendwas. Was machen wir damit? Wir können zu Bori fahren. Wo ist der denn? Beim Hochschrauber. Da fahren wir nicht hin. Der wird geballert. Stunt Koordinator. Oh, Hilfe. Ja. Hab mich verfahren. Oh, Hilfe. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Oh, hätt ich hier hochgemacht? Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Das Gas verbreitet sich. Oh, wusste das? So wie du fährst, kann das alles lesen sein. Hey, lass mich. Hurri, wir kommen wieder zurück. Komm, komm, komm. Alles klar. Lass das Schlag gestartet. Lass mich rüber. Ja. So, jetzt müssen wir koordinieren. Ich hab keine Ahnung wohin. Ich auch nicht. Frenzy Strike. Loader Drop ist da hinten. 150 Meter. Lieber Schleich und langsam vorangehen. Aufklag gescheitert. Geben wir uns mehr Mühe. Wir sind aber mitten in der Zone. Also von daher eigentlich schon okay. Wir sollten einfach hier sitzen bleiben erstmal. Und erstmal alles angucken. Ob wir irgendwelche Leute wegschießen können, ey. Ne, doch nicht. Joa. Joa, ne. Überschaubar, ne? Da oben ist einer. Der ist voll getroffen. Ja, den hab ich getroffen. Ja, den hab ich getroffen. Ah, der läuft auch noch rum. Ja, hier, hier, hier. Achtung. Wir haben einen Schuss. Hier irgendwo. Entdeckung runter, 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 runter. Fenster. Keine Zeit zum Bluten. Komm schon. Ich hör jemanden. Ich hör jemanden. Der ist, äh, der ist hier runter. Der ist hier runter. Der ist hier runter gesegelt. Der verlierst an Boden. Ist für uns ein Problem mit dem Gas? Ne. Moment, jetzt glaub ich. Nur noch 25 übrig. Gut, weiter so. Da ist so ein Dude irgendwie runter gekommen. Der müsste, der kam, müsste so links. Ja, ich sneak erst mal. Bleib erst mal hinter mir. Okay, wir sind drin. Aufpassen, ob sich was rührt. Bist du da unten? Ne, der sitzt hinten da bei dem Scheiß, äh, Dings rum. Bei dem Scheiß, ähm. Gib mir mal die Deckung. Gib mir mal Deckung. Hä? Da geht das nicht. Ah, jetzt geht's. Ja, ich geb die Deckung. Ey, wieso kann ich nicht sprengen? Wie, 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 wie sprengen? Wie geht's sprengen? Wie geht's sprengen? Wie geht's sprengen? Denk oder rechte Monster ist. Was? Ich... Oh, komm, ey. Spiel, ey. Wie dumm. Ach, ne, ach, die... Ist das ein Gasgran-Dings hier, oder was? Ja, sieht richtig aus. Hä? Ja, irgendwas mach ich da gerade. Irgendwas attackier ich da gerade. Keine Ahnung. Ey, Mann. Regt mich auf gerade. Extrem. So. Das Gas kommt näher. Ich guck mal, was draußen los ist. Lass mich erst mal warten. Wenn das Gas da ist, gehen wir weiter. Also, die haben wir... Wir sind gepasst. Weil die kommen hier nämlich da alle. Geht's von aus. Da innen ist einer. Das ganze Team kommt angelatscht. Einen down. ich höre hier ein der Maus hängt komm in Deckung hinter mir und schnell wieder mach weiter 2 nachmunizieren Schilde rein hier legt eine Menge Zeug rum Auto wir sind ein bisschen außerhalb des Zirkels ja los Rainer kommt drauf achten die rennen jetzt hier alle so lang die muss man ja dann fertig nachladen von innen, von innen, von innen, von innen von innen bleib stehen ruckel ich kann nichts machen rüber geht mit einem Deckung ist voll am leggen wir wollen noch was kaufen dann gehen wir mal in Deckung und will ich mal gucken ob ich was kaufen kann ich hab Muni gekauft ja ok das war eben weg 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 scheiße kommt warten wir, sie kommen hier alle da hinten rennen sie alle das Gas breitet sich aus Ziel markiert los geht's lass weiter lass weiter lass weiter und langsam was ist das denn die kommen wieder von links oben wo ich meine Klasserschlagung geschossen hab da kommen sie angeflogen der ist es oh nachladen dauert lange bei dem Ding ja also zwei reichelvollert einer wischt ja feindliches Team verfolgt deine Position Ziel und wo kommt ein Auto wenn ihr raus habt der Zone seid bewegt euch lieber Ziel Shit nur zu zweit ne oh das war ein was denn Sniper ich bin getaunt da vorne ich bin unterwegs zwei markiert oh fuck Entdeckung Scheiße bedau nicht rausgehen bleibt drinnen wir müssen jetzt hier drinnen bleiben das Gas breitet sich aus nicht überall auch hinten Wasser dran und so Schimpf weiter müssen weiter Achtung nächstes Zelt Zelt steht an mir irgendwo muss oben sein oder noch nicht ich weiß nicht wo er ist ein bisschen im Scheiß in der Scheiße oh da ist noch einer kack 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 überall sind wir Leute überall überall dritter Platz ja geil ja das ist Rebirth Island kann richtig gut sein kann aber auch richtig scheiße sein äh zum Ende war es ja eingemassen okay aber campen vorm feinsten was anderes kann man ja nicht machen erstmal rumsitzen und warten bis sich andere Leute bewegen die probieren abzuschießen ja da stehen wir da stehen wir da stehen wir da stehen wir naja damit können wir leben würde ich sagen reingehauen tschüss